Ja, guten Morgen, Frau Schneider. Guten Morgen, schöner Tag, was? Ja, das können Sie laut sagen. Was darf es denn heute sein? Ich hätte gerne etwas von der Salami dort. Wie viel? Und wie geht es eigentlich Ihrem Hund? Ich habe gehört, der musste zum Tierarzt? 100 Gramm bitte. Ja, der humpelte eines Tages nur noch und hatte wohl Schmerzen am Bein. Ah, und einen Pfund gehackt ist bitte noch. Ja, schlimm. Hat der Tierarzt denn helfen können? Ja, jetzt bekommt er jeden Tag Medikamente und wir hoffen, die helfen dann wieder. Ah, und noch 300 Gramm Schweinefleisch bitte. Das mag er noch? Ja. Ja, okay, dann kann ich nur hoffen, dass es demnächst wieder besser geht mit Ihrem Hund, ja. Das macht dann 835,42 Euro bitte. Ah, das ist ja günstig. Dann danke und schönen Tag noch. Auf Wiedersehen. Wiedersehen.